Wir danken dir, oh Herr, für das Brot, das du uns geschenkt hast. Peggy! Travis! Nein! 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 Dieser Mann heißt Cone. Jeder Mensch, den er tötet, hat seinen Preis. Bitte nicht! Dieser Mann heißt Tate. Er tötet aus reinem Vergnügen. Diese beiden Killer haben den Auftrag, Travis Knight in ihre Gewalt zu bringen, um ihn lebend der Mafia zu übergeben. Da, da sind sie! Wir müssen weg hier! Sehen Sie mich, das sind die beiden! Erledigt. Der Job ist erledigt. Beinahe. Travis Knight. Er ist neun Jahre alt, aber an ihn könnten sie sich die Zähne ausbeißen. Hitman. Zwei skrupellose Killer, zu allem bereit. Das läuft nicht, Mr. Cone. Nur mit der Härte eines neunjährigen Jungen haben sie nicht gerechnet. Hey, Tate! Du Dreckskerl! Lass das! Hinterher! Seine einzige Hoffnung ist, sie gegeneinander aufzuhetzen. Schießen Sie, Mr. Cone! Ganz ruhig, Mr. Cone! Wir kriegen die Sache schon irgendwie hin! Ein verzweifeltes Rennen gegen die Zeit. Ein Rennen gegen den Tod. Hitman. Johannes Schein. Nichtschau! 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 пло scream! Nichtschau!